Natürlich nicht. Er sagt dann sowas. Ihr Vater? Ich bin da, um die beiden zu unterstützen. Also ich kümmere mich um das Baby und ich kümmere mich um Julia. Und ich kann mir schon denken, warum er sich so etwas ausdenkt. Er hält es einfach nicht aus, dass er nicht mehr gebraucht wird. Vor mir, da hat er sich fast täglich um Julia gekümmert. Und das ist jetzt nicht mehr so. Damit kommt er nicht zurecht. Wollen Sie uns vielleicht irgendwas erklären? Können wir uns Ihr Handy mal ansehen? Wieso? Wieso nicht? Oder haben Sie was zu verbergen? Nein. Ich nicht. Danke. Seit wann haben Sie es selber schuld, dass Julia nicht mehr liebt? Er hat nie versucht, ihre Blindheit zu akzeptieren. Er hat immer nur in die Vergangenheit geschaut, war. Nie im Jetzt, nie nach vorn. Haben Sie auf Carsten Körmann geschossen? Am Montag um 14.10 Uhr haben Sie eine Textnachricht an Frau Körmann geschickt. Du musst dich von ihm trennen. Wir hauen ab, irgendwo hin. Denk darüber nach bis später. Und zwei Minuten später hat sie ihm geantwortet. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Ich habe jetzt...